2000 Jahre alte Prophezeiung amerikanischer Ohreinwohner spricht von Frieden in unserer Zeit. Ein Beitrag von Tagesereignis. Wenn der Adler und der Condor zusammen in die Lüfte steigen und miteinander fliegen, dann soll Frieden auf der Erde herrschen, sagt eine alte indianische Legende. Es ist eine 2000 Jahre alte Botschaft für die Menschen der Zukunft, also uns, die über die Jahrtausende mündlich weitergegeben wurde. Für die amerikanischen Ohreinwohner ist der Adler ein Symbol für Mut, Weisheit und Stärke und ein Bote des Schöpfers, dem man Respekt entgegenbringen muss. Er ist heilig, weil er von allen Vögeln am höchsten fliegen kann und daher dem großen Geist am nächsten steht. Seine Feder ist nicht einfach nur eine Feder, sondern ein Symbol für Vertrauen, Ehre, Stärke, Weisheit, Macht, Freiheit und vieles mehr. Man glaubt, dass jede Vogelart ihre eigenen Charaktereigenschaften hat, die über die Federn auf den Menschen übertragen werden könnten. Weißkopf und Steinadler sowie ihre Federn werden in den Traditionen der amerikanischen Ohreinwohner hoch verehrt. Wie sehr, zeigt dieses typische indianische Lied, wo der Adler als ein Träger des Lichts besungen wird. Im unten verlinkten Textbeitrag kann man es anhören. Während der Adler sogar das Wappentier der USA ist, wurde in Südamerika der Condor ebenfalls verehrt. Mit seiner Flügelspannweite von immerhin 3,30 Meter hat ihm dort sogar den Status des Königs der Anden verliehen. Der Condor wird gerne mit der Entstehung des Lebens auf der Erde in Verbindung gebracht und wird als Symbol der Macht und Majestät verehrt. Er verkörpert die weibliche Energie der Südhalbkogel. Er ist Südamerikas größter Vogel. Auch er war für die Menschen in den Anden ein heiliger, mystischer Vogel und eine Gottheit der Inkas, sowie ein göttliches Symbol der Fruchtbarkeit. Die Menschen glaubten, dass der Vogel durch die Bewegung seiner riesigen Flügel Wolken sammeln und Regen erzeugen könne und somit dem Land gute Ernten bescherte. Die folgende Geschichte der beiden mächtigen Vögel ist nicht nur eine Botschaft für die Zukunft und die Veränderungen, die nach Ansicht der Ohreinwohner zwangsläufig eintreten werden, sondern sie erzählt auch, wie sich menschliche Gesellschaften in zwei Richtungen spaltete. Sie erzählt von Konflikten, aber auch von Frieden und Wiedervereinigung. So sagt eine Inka-Prophezeiung. Wenn der Adler des Nordens mit dem Condor des Südens fliegt, wird der Geist des Landes wieder erweckt. Die amerikanischen Ureinwohner glauben, dass die Menschen in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Eine Gruppe folgte dem Weg des Adlers und die andere dem Weg des Condors. Die einen wohnen im Norden, die anderen im Süden. Die alte Prophezeiung besagt, dass sich diese beiden viele Jahre lang nicht treffen würden. Während der vierten sogenannten Paracuti-Ära, die 1490 begann, kamen dann die Adler und die Condore wieder zusammen und der Adler war so stark, dass er den Condor praktisch fast ausrottete. Das deckt sich mit der sogenannten Entdeckung Amerikas durch Kolumbus im Jahr 1492, als die vielen aus Europa eingeschleppten Krankheiten die Urvölker massiv dezimierten. Die erste Paracuti-Ära soll im Jahr 90 v. Chr. begonnen haben und alle 500 Jahre soll es eine neue geben. Spannend wird es, wenn Sie von der fünften Paracuti-Ära berichten, denn das ist unsere Zeit. Sie soll 1990 begonnen haben und nach dem Verständnis der Ureinwohner für eine neue Bewusstseinsebene der Menschheit stehen. Die Ureinwohner Nord- und Südamerikas sagten vor 2000 Jahren bereits voraus, dass in dieser Zeit die Menschen wieder zusammenkommen werden. Der Adler, der für die Menschen des Nordens steht und der Condor, der die Menschen des Südens repräsentiert, würden einen Weg finden, um gemeinsam in den Himmel zu fliegen, sich zu paaren und ein gemeinsames Kind zu bekommen. Nämlich ein höheres Bewusstsein. Dieses neue Bewusstsein wird auch wieder durch einen Vogel repräsentiert, nämlich den mittelamerikanischen Maya-Vogel, den Quetzal, zu sehen auf unserem Beitragsbild, der als das Symbol für die Vereinigung von Herz und Verstand, Kunst und Wissenschaft, Mann und Frau gilt. Die Geschichte besagt, dass wir gemeinsam etwas Großes erreichen, wenn wir unsere Grenzen überwinden, wenn der Norden und der Süden sich verbinden und auch der Osten und der Westen die künstlich geschaffenen Gräben überwindet. Das neue Bewusstsein ist dann eine Symbiose der Energien des Nordens und des Südens, und nicht nur das. Denn von da an geht es immer weiter, in nur eine Richtung, denn dann, sagen die Indianer, herrscht Frieden auf der Erde. Das deckt sich mit neuzeitlichen Prophezeiungen, denn danach stehen wir am Beginn einer neuen Epoche, bei der der Mensch in eine höhere Bewusstseinsebene emporsteigen wird, weil er seinen Fokus immer mehr nach innen richtet, Mitgefühl entwickelt und seine eigenen Grenzen überwindet. Auch heute verändert sich bereits die Menschheit, insbesondere durch die Kinder, die bereits so geboren wurden, und die sich heute die Gaben, die sie bei ihrer Geburt mitbekommen, erhalten können. Nach diesen positiven Meldungen nun noch etwas in eigener Sache, denn es ist ernst. Da wir uns an einem Scheideweg in unserer Menschheitsgeschichte befinden, werde ich nun vermehrt auch über solche Themen schreiben. Ich weiß, dass es vielen immer noch schwerfällt, zu verstehen, wie wichtig jeder selbst in diesem Friedensprozess ist, den wir unbedingt gemeinsam anstoßen müssen. Aber so ist es nun einmal. Gedanken, Gefühle und Vorstellungen sind Energien, die den Entwicklungsprozess beschleunigen oder auch behindern können. Deshalb sind wir in diesen Zeiten mehr denn je aufgefordert, in unserer Mitte zu bleiben. Jeder Einzelne zählt, ob er will oder nicht. Damit ich meine Arbeit weitermachen kann, die heute wichtiger ist als je zuvor, benötige ich Unterstützung von außen. In diesem Monat, bis zum 15. November, habe ich 218,22 Euro über diese Website eingenommen. Ich habe nicht nur viele Stunden täglich recherchiert, Beiträge geschrieben und vor dem Publizieren immer wieder geändert, wenn Neues dazu kam und Audios dazu erstellt. Und dann gibt es von Maria dazu auch noch ein Video. Das alles ist sehr zeitintensiv, wenn man es selbst macht. Mein Stundenlohn liegt damit bei ca. 1,45 Euro. Allerdings muss meine Familie auch von etwas leben. Es geht nicht, dass ich seit Jahren meine Reserven angreife. Wenn es hier nicht mehr läuft, dann werde ich bald aufhören müssen, sonst sind die Rücklagen weg. Ich werde mich dann beruflich umorientieren müssen, zumal ich in meinem anderen Beruf wesentlich mehr verdienen könnte. Tatsächlich wäre das da oben nur etwas mehr als der Stundensatz, den ich dann haben könnte. Mit anderen Worten, ich mache das hier wirklich, weil ich es für wichtig halte und damit mehr Menschen erreichen kann, auch wenn es mich fast finanziell ruiniert. Aber so geht es nicht mehr weiter. Sie als Leser sind die Einzigen, die meine Arbeit sponsern. Es muss doch nicht viel sein, aber vielleicht wenig von vielen und das regelmäßig, vielleicht einmal im Monat. Alle anderen finden unter dem Video Unterstützungsmöglichkeiten. Danke allen, die mich bisher unterstützt haben. Bleiben Sie positiv. Das Buch »Nur mit dem Herzen sieht man gut« wurde für genau diese Zeit geschrieben, um diesen kommenden Bewusstseinssprung zu unterstützen und auch zu erklären, was sich dabei für jeden Einzelnen ändern könnte. Es ist, wenn Sie so wollen, eine Vorbereitung für das, was kommen wird und wird von jenen verstanden, die bereit dafür sind, den Weg zu gehen. Einige Rezensionen Buchstäblich hunderte spirituelle Bücher habe ich schon gelesen, aber dieses ist anders. Der Autorin gelingt das Kunststück, spirituellen Ernst und Eindringlichkeit mit Sanftheit und Güte zu verbinden, sodass ein fast symphonischer, erzählender Sprachstrom entsteht, der mich auf einer Woge der hellen Bewusstheit trägt. Viele von uns kennen wahrscheinlich diesen Moment der Stagnation, wenn es nicht mehr weitergeht. Dieses Buch zeigt, wie man selbst weiterkommen kann und wie man selbst die eigenen Blockaden beseitigt. Das hochaktuelle Buch versteht sich als Leuchtturm in unserer bewegten Zeit, in dem die Dunkelheit scheinbar die Überhand gewinnt aber eben nur scheinbar, denn die vereinte Kraft all derer, die an sich arbeiten und sich mit ganzem Herzen dem Licht zuwenden, wird ganz sicher siegen. Ich wünsche diesem Juwel an Authentizität und Aufrüttelungspotenzial gerade in dieser Zeit eine große Schar an lichtbereiten Menschen. Unter dem Video sind zwei Bezugsquellen verlinkt.